Willibald Hahn war ein österreichischer Fußballspieler und erfolgreicher Fußballtrainer. Er betreute die Nationalmannschaften von Norwegen und der Schweiz. Mit dem FC Bayern München gewann er am 29. Dezember 1957 dessen ersten DFB-Pokal. Karriere Hahn begann 20-jährig beim Wiener Stadtteilverein Gersthofer SV mit dem Fußballspielen und wechselte zur Saison 1931-32 zum Erstligisten Floretsdorfer AC, bei dem er sich als Stammkraft in der Läuferei etablierte. Mit den Blau-Weißen gelang ihm der Klassenerhalt, ehe er zur Halbzeit der Saison 1932-33 zum FK Austria-Wien wechselte. Dort kam er jedoch kaum zum Einsatz und nahm daher gemeinsam mit seinen Landsleuten Johann Kaburek und Ferdinand Schreiber ein Angebot des französischen Zweitligisten SCD La Bastidienne aus Bordeaux an. 1934 wurde Hahn vom Erstliga-Aufsteiger-Favoritner-Sportclub nach Österreich zurückgeholt. Nachdem der Verein nach nur einer Saison wieder abstieg, fand Hahn bei den Lokalrivalen FC Wien und Favoritner AC neue Arbeitgeber, für die er jeweils eine Saison spielte. 1937 wechselte er zum amtierenden Meister SK Admirer Wien und beendete am Saisonende seine aktive Fußballerkarriere. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 emigrierte er nach Norwegen und fand dort zunächst als Trainer beim MOSFK eine Anstellung. Nachdem er sich in Skandinavien einen Namen machen konnte, wurde er 1953 Trainer der Nationalmannschaft Norwegens und konnte bereits bei seinem Debüt gegen die Auswahl Westdeutschlands ein überraschendes 1 zu 1 erzielen. Bis 1956 blieb er als vorerst erster österreicher Teamchef von Norwegen, wobei er später in Wilhelm Carment ein Nachfolger fand. Er selbst wurde indes vom FC Bayern München nach Deutschland in die Oberliga Süd geholt, wo er die Bayern erstmals ins DFB-Pokalfinale 1957 führte. Das im Augsburger Rosenausstadion gegen die Fortuna Düsseldorf mit 1 zu 0 gewonnen wurde. Es war der zweite große Titel der Bayern nach der Meisterschaft 1932, bei der mit Richard Cohen ebenfalls ein Wiener Trainer tätig war. Bereits in der Folgesaison musste Hahn aber den Verein verlassen und schloss 1958 einen Vertrag mit Eintracht-Trier ab. Da er diesen aber nicht anhielt und stattdessen den Posten des Schweizer Nationaltrainers annahm, erhielt er vom DFB ein einjähriges Berufsverbot. In der Schweiz war er glücklos und verlor fünf seiner sechs Länderspiele mit der Nationalmannschaft. Nach der 0 zu 8 Niederlage im Rahmen des Europapokals der Nationalmannschaften nahm 25. Oktober 1959 in Budapest gegen die Auswahl Ungarns wurde er entlassen. 1960 kehrte Willi Baldhan nach Deutschland zurück, trainierte zunächst den Zweitligisten KSV Hessen-Kassel, mit dem er 1961 62. Meister wurde, dann In der Saison 1963 64. Schwarz-Weiß-Essen in der Regionalliga West. Nach nur einer Spielzeit wechselte er zum Ligakonkurrenten Rot-Weiß Oberhausen, mit dem er zweimal als Viertplatzierter die beiden Spielzeiten abschloss. Nachdem auch im zweiten Anlauf der erhoffte Aufstieg verpasst wurde, wechselte er in die Regionalliga Süd. In der Saison 1968 69. betreute er zunächst den Aufsteiger-ISV in Gohlstadt-Ringsee, danach von 1969 bis 1971 die SPV GG Bayreuth. Für jeweils eine weitere Spielzeit betreute er noch den SSV Reutlingen 05 und die Stuttgarter Kickers. Erfolge. DFB-Pokalsieger 1957. 26 Länderspiele als Nationaltrainer Norwegens. 06 Länderspiele als Nationaltrainer der Schweiz. Einzelnachweis. Dietrich Schulzen-Mammeling. Die Bayern. Die Geschichte des Rekordmeisters. Verlag die Werkstatt. 2009 ISBN 978-3895-33669-0s. 663. sensester Juve Hen firefighter als Nationalkثر betreute er den Kopel-Ringsee. bye- dale war. 3